und gestorben Prozent in Schüttemberg wir kommen ja sterben nicht 25 Münzen und ab 30.000 Prozent natürlich wird es muss auf diesen Prozent lauren Dienst vor und da Oh, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht wo. Ganz oben. Fuck. Echt jetzt? Ja. Fuck, ey. Komm, guck mal. Du Armer, ich leide mit dir. Du leidest mit mir. Natürlich nicht. Achso, ich hab 30, okay, gut, danke. So. Ach, Trud, Münzenstern ist geholt und ist der jetzt ernsthaft da oben gespart? Ja. Also muss ganz oben auf diesen blauen Schwarm gehen. Wasch, nein, wasch, nein. Ganz oben auf den Schwarm, na gut, wenn ich ganz oben bin, äh, ne gut, ich mach 200 Münzen, fuck. Aber wenn ich oben 100 Münzen habe, tue ich den 100 Münzenstand einsam mit nach dem Schwarm machen. Na gut, was sollst du, ähm, du wolltest das Thema rauszuholen? Oh, stimmt, ja, da habe ich ja komplett vergessen. Ähm, ja. Warte. Komm her, Münze, 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 Münze. Ähm. Hm, lass mich überlegen. Na gut, ich, ich, und die Zuschauer warten auf dich. Und lassen uns überraschen, was dir so im Kopf, äh, nee, was du so ausbrütest im Kopf. Was hältst du von japanischer Musik? Ähm, naja, gut, ich muss sagen, ich höre nicht wirklich viel, äh, japanische Musik, aber wenn ich irgendwie mal so reinhöre irgendwo, keine Ahnung, in Serien ist ja auch viel oft japanische Musik vorhanden, ne? Äh, weiß nicht, äh, mein Fall ist es nicht, sag ich es mal so. Ja, sorry. Gut, weiter. Aber nicht so japanisch, das ist toll, ne? Äh, ja, ja. Es ist mir gerade nur so eingefallen, aber ich weiß jetzt gerade irgendwie nichts mehr. Ähm, ja. Komm her, meine Münze, danke. Und drüber. Ähm, hm, 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 hm. Ich kann mein Glück, ich verunter. Ich hab keine Ahnung. Ähm, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. um das Ding hat sich mal ein Quatsch ich mag mal ich hab ihn zum Knutchen wissen nicht wie es bei dir aussieht ich habe mich hassen doch Nils könnte ich nicht verantworten die 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 und und ehemal mann auch das gibt es nicht so auch ja ich hab mich mal wieder angeschlagen an meinem scheiß Schreibtisch ja Schreibtische können echt um schon Mordwaffen sein Mordwaffen? ja Schmerzwaffen wenn wir zum Beispiel Schmerzwaffen das Thema ist Schreibtische es gibt runde Schreibtische es gibt kantige Schreibtische es gibt Schreibtische die wir tun es gibt Schreibtische die nicht mehr tun und ich hab jetzt mir eben auch den Finger an Schreibtische angeheuert aber es gibt mehr in B2 Schreibtische natürlich das ist der Grund ähm hab ich mir jetzt das Spiel verbaut oder kommt da irgendwie auch noch hoch ähm ja äh geht's nicht mehr hoch naja irgendwie doch schon aber ähm ob ich das schaffen mit meinen angeblichen Skills mein nicht fahrenden Skills mann ich bin nicht mal die einfachen Wandsprung kann oh ey Mario jetzt hör auf okay ich bin oben ooh ähm ähm ich bin oben ich bin oben gipst da drüben irgendwas ich ja das angeblich ist die nicht an. Weder das Leben und noch nochmal da hoch zu skillen. Ich hab echt gar nicht so eine Skills. Deswegen frage ich mich, wie ich das hinbekommen habe. So, komm. Puh. Fuck, man. Hast du das eine Decke? Du schaffst das. Ja, natürlich schaffe ich das jetzt. Ich meine, warum sollte ich das nicht schaffen? Ich bin hier der... Weil du Markus bist. Das ist eine Beleidigung. Das ist eine... Okay, weil du... weil du... Mario hast, deswegen. Weil... Mario... Ich hasse Mario nicht. Ich mag Mario. Mario mag mich aber nicht. Weil... Ja, weil du ihn hast. Also. Ich hasse Mario nicht. Du hasst ihn. Oh, ja, gut. Langsam hasse ich ihn doch wieder. Bis eben habe ich noch gemacht, weil er heute doch noch recht mitmacht. Aber... Naja, da ist wieder das Recht, ne. Na, für sowas kann ich ja hassen, aber wenn er jetzt hier zum Beispiel so stylisch hochskillt und so, dafür mag ich ihn wiederum. Aber jetzt frage ich mich, wo sowas eigentlich sein Problem, da hochzukommen. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-do-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Halte ich doch mal an die Scheißwand an. Oder... Machen GM-Verdammt pictureschorende machen und verdammten Wandspuren ein W�ufen findet eins und es wird auch nur Fremdschung von ein Wissen Was geht denn da? Da komm ich doch nicht hoch. Da... äh... äh... Pfff... Ist recht. Warum? Warum? Warum schwer machen, wenn's auch einfach geht? Ich nehm an, das ist der einfache Weg. Wenn nicht, würde ich mich hassen. So, danke, danke. Na gut, das ist doch nicht so der ganz einfache Weg. Muss irgendwie da drüber springen auf. Genau. Ja, wenn's auch drauf. Ja, wenn's auch nur Mario mitmachen würde, dann... Da sind wir auch wieder bei dem Thema. Wenn Mario nicht mitmacht. Ach was, was ich nehm doch den anderen Weg. Ähm... 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 Hälte auf, Mario. Hör auf, mich zu quälen. Mach weiter drauf. Nein, auf. Das ist die ganze Zeit die scheiß... Decke. Und jetzt... oh ja, jetzt. Jetzt, jetzt. Und der macht Mario so was mit mir. Ja, nein. Oh. Na gut. Kann... ach egal. Los, hau irgendein Thema rein und äh... Ich tue in der Zeit meine Fades überbrücken. Ähm... Lass mich überlegen. Ähm... Es ist halt schwierig, Mario rauszukriegen. Ein was rauszukriegen? Während Mario... Na ja, Ansicht sagt... Ich denke mal... Ich denke mal... Ich denke mal... Ich denke mal... Super Mario Teil. Ähm... nenn' ein Beispiel. Super Mario World. Super Mario World. Prä-ig doch gut. Danke. Ich danke. Oh, mal vorzauber. Ja also, äh... ich mag das Spiel sehr. Davon kommt irgendwann auch noch n... Let's Play... Ich hatte zwar damit mal Let's Play gehabt, aber... Keine Ahnung, irgendwie war's schlecht oder so. Äh... hab's gelöscht, und ja... Ich will eigentlich ein Together machen, aber... mein Name Internetverbindung geht das mal ein bisschen schlecht mit dem Emulator da. Ich kann das machen. Ja, alles schon gut, aber das Problem ist, ich habe immer noch lahmes Internet und, äh, was... Ja, weißt du gar nicht? Nee, ich musste ja das Internet halten, nicht du. Ja, doch, es hat auch was mit meiner Internetverbindung zu tun, weil jemand anders, der auch eine gute Internetverbindung hatte und so. Und, äh, er und ich hatten das, ähm, schon probiert gehabt. Ups. Und, ähm, es ist halt so, dass... Ich mache mir grad fällt. Das, ähm, es immer noch leckt. Also, ich sehe immer, ähm, ja, es leckt bei mir und so wie, äh, zum Beispiel irgendwo hinspringt oder läuft, oder beziehungsweise ich kriege jetzt alles gar nicht mit. Ähm. So, dann habt ihr die Einstellung falsch gemacht. Nein. Da gibt es, da gibt es spezielle Einstellungen. Wahrscheinlich habt ihr die falsch, äh, eingestellt. Das hatten Sora und ich auch zuerst. Wir haben... Dings... Auch zuerst eine Togella-East-Testball gemacht. Aber ist dann abgebrochen worden. Und, ja... Warum abgebrochen? Äh, ja, Streit und so. Zwischen uns beiden mal gehabt. Und, äh, ja, wir hatten bei der ersten Testaufnahme auch die selben Probleme. Und, ähm, dann haben wir es, ähm, mal ein bisschen bei den Optionen rumgespielt und dann ging es später. Okay. Und, also... So... So stark liegt es am, ähm, anderem Internet gar nicht. Na, denn, 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 mussten das mal irgendwie, äh, Klaren aufzeigen, oder whatever. Ah, okay, davon geht er. Okay, 95 Münzen, äh, damit ist wieder eine 30er-Halp-Zone bestritten, äh. Ähm, ich brauche mal ein paar Münzen. Und, äh, ich brauche mal ein paar Problem. Ich bin in der Schausdrücke mit dem Schausdrücken. Und, äh, bei den Schausdrücken-Klimm ist er der, oder? Ich bin in der Schausdrück-Klimm. Na, ich bin in der Schausdrücke-Klimm. Ich habe einen schwarzen Bildschirm des Schausdrückes. Ich bin in der Schausdrücke, der Schausdrücke. Ach, der Schausdrücke. Ach, der Schausdrücke. Ich bin in der Schausdrücke. und vorliegt gut und jetzt hoch mit uns vielleicht sind wir drüben auch noch ein paar Münzen müssten ja auch wie gut eingesammelt und um da muss ich irgendwie noch hoch da umsonst dann auch das bestimmte Tromper echt falle ich in so eine beschützene kleine lücke rein ja ich war echt in eine so eine beschützene lücke wo ich denke es ist gar keine lücke war rein das ist mag ich nicht warum sind denn Lücken bitte werden werden sagen wir sprechen jetzt über sag mal was ist eigentlich so dein Lieblingsspiel ich hab mal so oh so ein Minecraft und so ein Minecraft eins ähm ein Minecraft Marge Teile falls Marge mal mit macht mit mir aber man sieht es ja macht er irgendwie nicht ähm denn halt auch ein paar Shooter und dies das hier jetzt also so was kann ich sagen Command & Conquer ist auch ein Lieblingsspiel äh Lieblingsspiel von mir äh und ja mehr hab ich da auch nicht sozusagen ach foi böse Flange oh 100 Münzenstern erreicht danke 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 natürlich auch noch da oben okay gut den hab ich eingesammelt danke 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 ja speichern danke und noch eine ganz kurze Erklärung was Oso ist Oso ist ein 2 1 5 Vielen Dank.